Hallo lieber Steinbock, hier ist die Inbal von Inbalstarot.com. Herzlich willkommen, gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie es nächste Woche für dich aussehen wird. Beachte bitte immer auch dein Mond, Venus und Aszendenzzeichen, ja? Unten in der Infobox und im obersten Kommentar findest du den Link zu den häufigsten Fragen, die Links zu den Jahresmonats sowie Wochenlegungen und den Link zur Übersicht aller Tarotkarten, wo du auch diese Art Nouveau-Tarotkarten finden kannst. Ja, Golden Art Tarot heissen die. Also, Golden Art Nouveau, ist halb englisch, halb französisch geschrieben, egal, die findest du dort, ja? Die Rollen können vertauscht sein, die Legungen sind immer geschlechterunabhängig, ja? Zeit ist flüssig und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen, okay? Okay, Steinbock, ich sehe Elefantenohren, so seitlich wehende Elefantenohren und wenn Elefanten, also Elefanten tun das unter anderem auch, um ihr Gegenüber einzuschüchtern, ja? Ihre Ohren sind ja riesig, ihre Ohrlappen sind riesig und wenn sie so, wenn sie dann sich bedroht fühlen, dann machen sie es so mit den Ohren und dann sehen sie so riesig und bedrohlich aus. Steinbock, es kann sein, dass du in nächster Zeit, dass du in nächster Zeit, gib mir einen Moment, jemandem drohen musst, mit dem, was du gehört hast, so ganz à la, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, König der Münzen, das bist du. Es wird hier eine Situation geben, Steinbock, wo du ganz genau weißt, wie viel Macht du über die Situation hast, wie Recht du hast, ja? Wir mögen alle nicht Situationen, wo es darum geht, wer Recht hat und wer nicht. Es ist ja auch wurscht, aber es geht hier wirklich darum, dass hier eine Diskussion entstehen könnte, ein Angriff entstehen könnte, weil bei jemand anderem irgendeine Schraube locker ist und du weißt, wo du stehst, du weißt, wo du sitzt. Ihr seht, wie bedrohlich dieser König der Münzen guckt. Steinbock, du wirst diesen Menschen abschmettern und ihn sie wissen lassen, mit wem er sie es zu tun hat. Okay? Sechs der Stäbe. Finanziell läuft es ziemlich gut hier. Macht euch gefasst auf finanzielle Erfolge. Steinbock, wir haben hier König der Münzen und Sechs der Stäbe. Finanziell sehr gut, erfolgreich, ja? Versuche hier Chancen zu ergreifen, falls dir irgendwelche begegnen. Ich sehe hier, wie du dich hier nicht runterziehen lässt von jemandem, der nicht auf Augenhöhe ist mit dir. Okay? Hier ist sozusagen das Volk, du bist hier oben auf dem Pferd und du weißt, was dieser Mensch letzten Sommer getan hat. und du wirst diesen Menschen damit bedrohen, sie mit einem Wort kaputt zu machen. Okay? Königin der Münzen. What the hell? Ich spüre hier eine komplett andere Energie heraus. Das ist eine Drittperson, die hinter dir steht. Das ist eine Drittperson, die hinter dir steht. Schau dir diese Bilder an. König der Münzen, Sechs der Stäbe, Königin der Münzen. Das hier ist dein Herzensmann, deine Herzensdame Steinbock und es wird Menschen geben, die versuchen werden, diese Verbindung zu stören hier. Und du bleibst aber weiterhin auf deinem Ross und du sagst hier, es braucht nur ein Wort von mir, um diese Störenfriede zum Stillschweigen zu bringen. Steinbock, so wie du diese Zwischenrufe nicht ernst nimmst, genauso nimmt es auch die Person, an der du interessiert bist, nicht ernst. Falls hier irgendeine Situation sein sollte, wo jemand zwischen dir und einer Herzensdame, einem Herzensmann steht, soll dir bewusst sein, dass dein Gegenüber solche Menschen nicht ernst nimmt. Dass dein Herzensmann, deine Herzensdame solche Menschen, die eben solche Dinge sagen, wie sie es eben dann sagen wollen, nicht ernst nimmt. Okay? Ihr steht darüber, ihr zwei. Ihr steht hier komplett darüber, ihr kennt eure Position. Wow! Ihr kennt eure Position und ihr wisst, wohin ihr gehen wollt. Zehn der Kelche. Ich sehe hier eine männliche Energie, eine weibliche Energie erobern wollen. Ich sehe hier weiterhin diese Zwischenrufe, die spüre ich ganz stark. Menschen, die kommen, um Schlechtes zu erzählen, um diese männliche Energie kaputt zu machen, aber die weibliche Energie weiss ganz genau, wo sie steht. Die männliche Energie kennt auch seine Position. Die zwei lassen sich hier nicht ablenken, von Zwischenrufen und konzentrieren sich komplett auf ihr Zehn der Kelche. Wow! Aster Schwerter. Das ist die Wahrheit, auf die ihr zwei euch konzentriert, Steinbock. Das Glück. Und das hier, wenn man die Wahrheit zu etwasen kennt, dann ist diese Wahrheit gleichzeitig auch ein schneidendes Element. Ich sehe, wie ihr zwei hier alle Menschen, die euch irgendwie im Weg stehen, zack, eliminieren werdet. Mhm. Das war die Kaffeemaschine. Was ich hier außerdem auch sehe, ist eben, schau mal, diese Krone hier bei Aster Schwerter. Seht ihr diese Krone hier oben? Hier oben. Das steht für das siebte Chakra, das sich jetzt geöffnet hat und dadurch sieht man jetzt die Wahrheit. Und die Kronen, die Könige tragen, Könige und Königinnen tragen, stehen für diese Demut, die man gegenüber Gott hat. Könige und Königinnen sind ja Gott gesandt und mit der Krone zeigt man, also setzt man sich so wie einen Deckel auf den Kopf. Alla mehr als das kann ich nicht wissen. Ja, also die Queen würde Taro hassen, das geht nicht. Wobei es vor allem in Königshäusern, Versailles und so war Taro total beliebt. Ja, aber immer heimlich. Ja, weil all das, was über den Kopf hinausgeht, ist Gott überlassen. Ja, und ich sehe hier, dass ihr zwei euch bisher so wie es aussieht, vor allem nie wirklich, dass ihr zwei nie wirklich zusammengefunden habt, weil ihr euch auf eure materielle Stabilität konzentriert habt. Ja, hier war nie der Fall, dass man sich auseinander bringen liess durch Gerede oder ähnliches. der Hauptgrund, Haupt, 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 Hauptgrund war, dass man sich auf die eigene materielle Sicherheit konzentrieren wollte. Okay? Und jetzt heisst es, ja, aber er war immer mit der einen da zusammen und dann wollte er nie mit mir zusammen sein. Das ist doch nichts Materielles. Doch ist es. Er wollte keine feste Beziehung haben, deswegen hatte er nur Affären, die nicht sehr viel Zeit brauchen, damit er sich auf sein Ding konzentrieren kann. Ja, man darf nicht Symptombekämpfung machen in einer Beziehung. Betrügen ist nichts als Symptom. Man steht nicht einfach eines Morgens auf und sagt, so, ich gehe jetzt betrügen. Es passieren vorher Dinge, ja, die dann dazu führen. Und genauso ist es auch hier. Was auch immer diesen König der Münzen und diese Königin der Münzen nicht zusammengebracht hat, es lässt sich runterbrechen in Richtung, beide wollten diese Phase nutzen, um ihre materielle Stabilität zu verbessern. Okay? Und auf Gerede von außen wurde gar nicht erst eingegangen. Das ist ein Neustart hier zwischen diesen beiden und die Todeskarte. Huh! Also ich sehe hier die männliche Energie ganz krasse Schritte unternehmen. Menschen aus seinem Leben rausschmeißen, kann auch eine Frau sein mit männlicher Energie, ja. Mit männlicher Energie sind sehr oft Menschen mit männlichen Genitalien gemeint und in gleichgeschlechtlichen Beziehungen wisst ihr sowieso, wer die männliche Energie und wer die weibliche Energie hat, ja, ganz unabhängig von den Genitalien. Ich sehe hier, wie die männliche Energie über das Gerede hinweg zu seiner Königin der Münzen gehen möchte, eine Familie gründen möchte, all das, was dazwischen steht, rausschmeißen möchte, ja, und hier die Todeskarte, also es wird, ganz egal, wer sich ihnen in den Weg stellt, tot, keine Chance hier. Und das ist halt hier das Interessante, seht ihr, hier bei der Todeskarte liegt ein toter König. Hier liegt ein toter König. Es ist so, wie wenn, wie wenn diese Phase des Stillstands komplett vorbei ist beim König der Münzen, der hat hier seine Krone abgeworfen, das ist tot, und jetzt geht er vorwärts hier in Richtung Sonnenaufgang. Okay, und wir sehen hier auch im Hintergrund, seht ihr diese zwei Türme hier, das sind die gleichen Türme wie auf der Mondkarte. Das war eine Zeit der Ungewissheit, die dieser König der Münzen hier durchgemacht hat in der Vergangenheit. Das ist komplett vorbei. Die Wahrheit wurde hier erkannt, man will Happy Family mit der Königin der Münzen. Auf Gerede wird gar nicht mehr gehört, ja, und es wird hier vorwärts gegangen, hin zur Königin der Münzen. Cool. Ich werde hier direkt mit diesen Karten eine weitere Reihe ziehen, dann sehen wir, was hier genau passieren wird und worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier, Steinbock, werde ich fragen, was es hier gibt, was du noch nicht über dein Gegenüber weißt, aber wissen solltest. Und da, wo ich Action sehe, ziehe ich eine Zeitkarte, dann wissen wir, wann das ungefähr stattfinden wird. Den Link für die Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye, bye.